Hoi zusammen. Es freut mich, dass ich um drei weitere Jahre bis 2023 im EVZ Trikot auflaufen kann. Ich fühle mich mega wohl beim EVZ und ich habe von Anfang an immer gesagt, dass ich hier bleiben will. Für mich ist das in der Familie und ja, darum habe ich hier beim EVZ verlängert. Für die EVZ zu spielen bedeutet mir sehr viel. Gerade die ganze Juniorenstufe, die ich durchspielen konnte. Das ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl und es freut mich riesig, dass ich nochmals hierbleiben durfte. Die Ziele für die nächsten Jahre sind eigentlich einfach. Ich möchte mit dem EVZ gewinnen. Wir waren sehr nötig in den letzten Jahren. Jetzt ist es zu uns, die nächsten Schritte zu machen. Und von das sind wir sehr hart zu trainieren.